Im Gegensatz zu vielen anderen Messen zeigt Skoda hier auf der EAA kein besonders auffälliges Konzeptcar. Stattdessen gibt es hier den neuen Skoda Superb, den Skoda Scala und natürlich den neuen Skoda Kamiq mit seiner Messepremiere. Und es gibt darüber hinaus einige Sondermodelle zu entdecken. Das hier ist er, der neue Skoda Superb iV. Und das ist der erste Plug-in-Hybrid der Marke. Der Wagen hat einen 1,4 Liter Benziner an Bord und der ist gekoppelt mit einem 85 kW starken Elektromotor. Das heißt, wir reden hier über eine Systemleistung von 160 kW bzw. 218 PS. Und das Schöne daran ist, der ist damit nicht nur recht flott unterwegs, sondern er fährt auch über 50 Kilometer weit rein elektrisch. Das hier ist der neue Skoda Citygo iV. Der erste vollelektrische Skoda überhaupt. Das Fahrzeug hat einen 36,8 kWh großen Akku an Bord und einen 61 kW starken Antrieb mit dem Elektromotor. Und das ganze Paket hier reicht dann für eine Reichweite nach WLTP von 260 Kilometern. Das Schönste aber an dem Auto ist der Preis, denn der liegt bei ungefähr 20.000 Euro. Das hier ist der neue Skoda Kamiq, das neue kleine SUV der Marke Skoda. Und hier in diesem Fall sogar die sportliche Version, nämlich der Wagen in der Monte Carlo Edition. Gut zu erkennen, an dem vielen Schwarz hier vorne, das im extremen Kontrast zum roten Lackierung beim Fahrzeug steht. Was mir beim Kamiq an der Front besonders gut gefällt, das ist das neue Tagfahrlicht hier. Denn das sorgt gleichzeitig auch für ein dynamisches Blinklicht. Außerdem Kamiq, dem kleinen SUV, gibt es hier am Stand aber noch einen weiteren Skoda in der Monte Carlo Edition, nämlich den neuen Skala, ebenfalls besonders sportlich. Der Skoda Superb IV ist nur ein Beispiel dafür, dass bei Skoda jetzt das Thema Elektrifizierung wirklich in Gang kommt. Und deswegen spreche ich genau darüber jetzt mit dem CEO Bernhard Meyer. Ja, wir haben in total viel vor. Wir haben eine Produktoffensive, die umfasst 30 neue Produkte zwischen den Jahren 2019 und 2022. Und davon werden zehn teile elektrifiziert oder vollelektrifiziert sein. Wir starten im nächsten Jahr mit unserem ersten Purpose-Build Electric Vehicle, also einem auf der Basis des modularen Elektrobaukastens des Volkswagen-Konzerns. Ja, und damit haben wir wirklich alle Hände voll zu tun. Es geht voran. Wir elektrifizieren jetzt Schritt für Schritt unsere gesamte Fahrzeugflotte. Dieser Skoda Octavia hat mit den Fahrzeugen, die wir hier auf der IAA sehen dürfen, bei Skoda nicht wirklich etwas zu tun. Denn Skoda ist jetzt nicht mehr nur simply clever, sondern bald auch voll elektrisch.